happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei metro gamble ich spiele heute mal wieder mesh arena und zwar spiele ich heute einmal eine runde 2 gegen 2, einmal eine runde 5 gegen 5 und einmal eine runde kontrollpunkt um euch alle drei spielarten zu zeigen die man spielen kann beim schnellen match viel spaß ok die erste runde geht los 2 gegen 2 3 2 1 go let's get things started go 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 Okay, das läuft ja schon mal sehr gut, meine Nase juckt. Okay, das ist gut, meine Nase juckt. Okay, schnell weglaufen. Nachladen. Okay, das war schon mal sehr gut gewesen. Jetzt nehme ich mal den hier. Die zweite Runde von 2 gegen 2. Oh. Okay. 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 Wow. Okay. 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 Yeah. schnell hinter verstecken und wie ihr hier sicherlich seht das war die erste runde und die zweite runde wird fünf gegen fünf also viel spaß und hier kommt die letzte runde die kontrollpunkt runde meine lieblingsrunde von den kontrollpunkt also mein lieblings area obwohl eigentlich spiele ich die am liebsten immer mit raketenwerfer diese area aber ich habe ja kein mehr weil ich habe ja meine die Ich bin bereit. Schnell nach. Schnell nach. Schnell nach. Es wird eine sehr knappe Runde, denke ich. Ich denke, wir verlieren, dass sie so knapp wird. Die wird so knapp, dass wir verlieren werden. Ja. Gleich sind wir da. So. Zwei Punkte brauchen wir noch, dann sind wir weg. So ein Mist. Naja. Heute sind wir alle schlechten Dinge drei. Ach ja. Okay, gut. Dann haben wir das auch geschafft. Dann werde ich mal sagen. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch nächstes mal dabei seid. Bis dadurch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja. Okay. Und jetzt kommt noch eine Runde. Ich habe gerade eine Runde gespielt, aber irgendwie habe ich die gar nicht aufgenommen. Ich sehe ganz handeln. Ich sehe ganz handeln. Ich war sehen gewesen und habe gar nicht aufgenommen. Ach ne, es geht wieder nichts. Bis gleich. Los. Lade schneller. Ja. Wir sind in Kampf. Genau. Die kämpfen schon alle. Okay. Es geht. Der Gegner liegt am Gewinnen, so wie es aussieht. E Sarge bleibt uns beide. Ist nicht nur der Regeln? Diese cool ist ja auch noch pointing auf. Zurück aufgener IL- 등. Woautre st equations. Denn wir brauchen den Regeln. Überlooking bei der Regeln. Schägen die Schaktorganwaren mandatory kam? Ja, mit einem laden Scheมา. Wir haben die Kürzeuge. Begut, Kälte. Begut, Kälte. Begut, Kälte. Begut, Kälte. Begut, Begut, Begut. Okay. Mein Strahl macht mehr Charme wie dein Strahl. Okay, ein Scharfschutz von Magarek ist noch gefährlicher. Ah, WKO. WKO. Joa. Okay. Ich hab mal nachgeschaut, ich hab aufgenommen. Schön. Gut, das war ein Sieg. Alle guten Dinge sind drei. Und dann sag ich mal.. Dankeschön fürszuschauen, ich würde mich freuen, wenn euch noch nichts hier dabei seid! Bis dann wünsch ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschüss! Vielen Dank.